Aus einem unerklärlichen Grund wird eine beschauliche amerikanische Kleinstadt von einem seltsamen Regen heimgesucht und erlebt das ultimative Grauen, die Toten erwachen aus ihren Gräbern. Womit nun die Horror-Story beginnt, fünf Leute machen sich sofort auf in die Stadt, mit verschiedenen Zielen und treffen gerade rechtzeitig ein, bevor die Stadt vom Militär komplett abgeriegelt wird. Werden wir in diesem Let's Play Together die Zombie-Apokalypse von Trap-A-Dead-Lockdown überleben? Ja, aber nicht mehr. Wir schon in diesem Let's Play together. Diese Geschenk-Apokalypse von Trap-A-Dead-Lockdown aber sehr gut dabei ist eineалаe. Vielen Dank. Chao. Vielen Dank.